Ich hoffe nur, dass ich das jetzt nur mehr bis dort machen muss, wo sie schon dort steht, ja. Okay, da haben wir eh nichts, wir haben einen Teil. So, den werden wir mal machen. Was? Das hat nicht funktioniert, der Schuss. Hm, der Reflexschuss ist auch ein Dreck. So, wir müssen den einmal looten, auf jeden Fall. Komm, kommt, loot ihn. Ich brauche vielleicht nämlich... Ja, jetzt wurde es entdeckt. Sehe ich jetzt schon, bis ich dort bin. Ja, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, jetzt kommen da den Nächsten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das ist wieder ein Punkt, wo ich... ...wo ich noch nicht weiß, wie ich das am besten machen soll. Das Problem ist, es gibt dann nämlich nirgendwo was in der Nähe, was zum Kaufen auch. Ja, sie steht einfach wirklich deppert rum. Ich weiß nicht, was sie zu tun hat eigentlich. So, komm, jetzt haben wir den einmal. Ich bin gerade überlegen, ob ich die einfach so lange kommen lassen soll, bis sie wirklich daneben steht. ...und nachher nur mit dem Schwert killen. Einfach nur, dass ich nicht aufmerksam werde. Wie von den anderen. Ich darf nur nicht schießen, glaube ich. Ja, dann ist es maximal einer. Glaube ich halt. Außer jetzt da die zwei, aber... ...aber zwei gehen wir auch noch umbringen. So, jetzt haben wir mal einen. Und der zweite sollte, denke ich, kein Problem mehr sein, wenn es nur mehr einer ist. Okay. Die sind... Die sind verdammt gut schon. Was blöd ist, ich habe halt kein Heilung mehr. Boah. Komm, plünder den Arsch. Was ist das? Das ist nähernd niederschlagen. Aus dem Gebiet fliehen. Na ja, aus dem Gebiet fliehen ist jetzt nicht das Problem. Ich weiß noch nicht, ob ich L.S. spiele. Jetzt mache ich einmal den Stream. Es gibt noch was anderes aus der L.S. wie ich schon so oft gesagt habe. So, wir werden jetzt wieder da hin. Okay, wo steht sie jetzt? Ja, die sind schon... Die sind schon nicht schlecht, muss man ehrlich sagen. So, wir sollen mit dir sprechen. Na? Sprechen? Jetzt darf man sprechen mit dir. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irrer erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namenslistung. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß schon mal Bescheid. Überlass das nur mir. Bestell ich mal jetzt irgendwem? Also naja, nur platzieren. Oh, darf ich das platzieren jetzt endlich? Gebiete! Jetzt sind das so idiotische Zwei. Jetzt habe ich keinen Heildrank auch nicht mehr. Ja, ich falle überhaupt nicht auf. Überhaupt nicht. So, darf ich das jetzt platzieren, bitte? Jetzt darf ich platzieren. Gut so. So, die blühen dann mal jetzt mal auf jeden Fall. Achso, ich muss drei Briefe platzieren. Ich muss zuerst schauen, ob ich da jetzt irgendwie Heildinger bekomme oder was. Weil sonst bin ich bald aufgeschmissen. So, rennen wir mal zu denen rüber. Da muss ich ja wieder, da muss ich ja hinein. Na. Ja, jetzt kann ich es vergessen. Ich hätte geglaubt, das geht vielleicht. Das war's. Ich hätte doch zuerst kämpfen sollen und nicht probieren. Das ist so ein Dreck, da mit dem Positionieren. Überall die Gegner, du kannst nichts machen. Das muss ich jetzt wieder alle drei. Ja, natürlich. So, halt die Fresse. Du haltest auch die Fresse, bitte. Und dich muss ich jetzt umbringen, oder was? Ich hätte mir doch das bessere Schwert vielleicht von holen sollen. So. Blündern. Vielleicht hast du ja ein Heil-Ding, aber ich glaube, einen müsste ich jetzt eh haben. Aber es schaut halt so aus, wie wenn ich alle drei auf einmal machen muss, bevor ich noch jemanden machen darf. Ja. Ja. Ich komme jetzt unten rüber. Dann muss ich da vorbeilaufen. Menschen, wer auch immer ihr seid. Ihr dürft wieder tief überbestenken. So, jetzt probiere ich da ein bisschen hinzuschleichen. Durch die Mengen durch. Perfekt. So, jetzt schleichen wir weg. So, den habe ich jetzt nur einmal schnell umgebracht. Dass ich da zumindest irgendwie wegkomme. So, und schauen wir, dass ich das mit den... Servus, Alfisti. Ich hoffe, dass ich da jetzt einfach so durchgehen darf. Ohne, dass sie mich sehen. Ich bin ja nicht in ihrem Gebiet, halt. Sollte jetzt nicht, glaube ich, so das Problem sein. Und jetzt muss ich, glaube ich, die muss ich jetzt bekämpfen, aber ich habe vier Rauchbomben. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, das Problem ist einfach, dass ich da nicht hintere komme. Was wir machen werden, ist... Wir werden dann mal auf die Bärsäckerklinge wechseln. So, dann kämpfen die auch einmal gegen den. Jetzt heilen wir uns kurz mit den letzten. So. Ich glaube, so ist der beste Weg gewesen. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass sie niedrig sind. So, ich will bei euch noch was platzieren. In all unseren Überlegungen sein. So wie Männer, die die Interessen getrennt werden. Ich schau mich nicht an. Lass uns nicht auf ungetrübten Wohlstand hoffen. Auf Triumph ohne Anstrengung. Auf alles, das... Willst du mich jetzt verarschen? Wer redet hier wieder miteinander? Ja. Der wird uns leidenschaftlich und unnachliebig in unserem Zorn gegen unsere Tyrannen sein. Unbeirrbar in der... Sicher habe ich... Ich hab immer wieder einen Schuss. Das sind ja zwei Schuss in der... In der Klinge drinnen. Die Natur soll ihrer Großartigkeit verrückt werden... Ich habe ja jetzt gerade einen absolviert. Gebiete darf ich... So, ich muss jetzt einfach kurz einmal ein bisschen verschwinden, glaube ich. Da darf ich auch nicht durch... So, ich glaube, jetzt geht's. Genau. So, perfekt. Jetzt haben wir das gemacht. Jetzt bin ich gespannt, was passieren mag. So, also er ist jetzt ein bisschen verwirrt, der ganze, liebe Typ. Wer die Republik vertreiben will, der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Doch der geht jetzt wirklich zu weit. Da trug die Fuchs im Weberhaus. Die armen Hennen. Und du? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Rockspiel die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. So, das höchste Wesen abgeschlossen. Und Servus Conscrafter. Und wir machen gleich mit der nächsten Mission weiter. Wir ziehen das jetzt straff durch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Sequenzen es insgesamt gibt. Auswendig halt irgendwer, wenn es im Chat war, schreibt es das hinein. Ich will das nicht nachschauen unbedingt. Man kann zwar in den Einstellungen und so weiter nachschauen, aber pff. Ja. Irrelevant. So, Missionen. Wo ist die nächste? Da, jetzt müssen wir dann auch einen Ort finden, wo wir dann hinreisen können. Aha. Scheiße. Ich habe alles angezeigt. Ich zeig jetzt nicht, da habe ich nirgendwo was in der Nähe. Dass ich sinnvoll... Wo bin ich jetzt? Ich bin da ganz herüben. Warte einmal. Zu den Punkten kann ich nicht reisen. Kann ich zu der Mission direkt reisen? No. Ah, da kann ich hinreisen. Blödsinn. Für was sind die Sync-Punkte? So, perfekt. So, wir werden jetzt gleich einmal Sync-Punkte ausgeben. Ich habe zwar keine Ahnung, für was ich die Sync-Punkte brauchen kann. Oh, ich weiß schon wieder, Charakteranpassung ganz normal. Das Problem, was ich gesagt habe, ich will ja ihm unterschleichen. Oder wo war denn das? Unter Gesundheit könnte ich das nächste. Stimmt, dann kaufen wir da mal das nächste. Und die nächsten heben wir sich wieder auf für die Gesundheit. Nämlich hier. Für die Vierer-Gesundheit. Und das brauchen wir sowieso zwölf Stück. Und ja, deswegen lassen wir das einmal. Äh... Als Fisti war in Wien, bei uns ist es nicht wirklich Schnee. Oder wenn es Schnee war, sagen wir mal so. Zum Beispiel gestern bei uns im Hauhaus draußen, hat es geschneit und über Nacht war der Schnee gleich wieder weg. Weil das ist wirklich gerade ein bisschen komisch, das Wetter bei uns. Aber naja... Ich soll zu in letzter Zeit und... Hast du schön abkehren müssen? Stimmt, einkaufen! Ich bin ein bisschen deppert, das schlag ihm nicht. Einkaufen sollte ich vielleicht auch noch gehen. Wo werden da was in der Nähe? Eh gleich da. Dann werden wir sich noch markieren. Weil... Das sollte man auf jeden Fall da vorne abmachen. Weil ohne... Zumindest Heiltränke und so weiter, wird es ein bisschen schwieriger. So... Einmal zu dir hintere, bitte. Ja, ja, halt die Fresse. Ich habe kein Wort verstanden. Verbrauchsgegenstände. Wir brauchen Rauchbomben. Äh... Ich würde mit X alles kaufen. Yep. Und dann würde ich noch sagen, kaufen und Munition ist uninteressant. Die kriegen wir eigentlich eh immer. Wichtig ist eigentlich die Medizin. Die kostet auch einiges. Und ich würde sagen, das andere... Ja... Brauchen wir nicht unbedingt. Nicht so wichtig. Das holen wir sich durch Plündern wieder. Ja... Ja... Die meisten tut man sowieso mit... Mit... Mit einem Schwert und... Ja...